3,4,3,2,1 Hallo und Servus auf meinem Kanal. In dem Film nehme ich euch mit über die Kaiserrad-Landestraßen vertrieben nach Admund. Sie ist sehr begehrt beim Motorradfahrer, aber leider ist auch schon viel passiert. Und genau deswegen ist die Strecken auf der Admund der Seite mit 70 kmh für Motorrad beschränkt. Wenn es euch interessiert, dann bleibt es dran und schaut es euch an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020